Ja, ich habe heute einen Haul, einen Restmonats Haul. Es gab schon Manga Neuerscheinungen und ja, habe mir dann das auch wieder mal gegönnt. Und zwar von Madoka Magica Band 1, habe ich jetzt geholt. Das möchte ich jetzt doch ausprobieren. Und Band 2 kam jetzt raus. Und wir beide leider der letzte Teil. Aber es gibt dann von dieser Autorin oder Autor, manchmal schwer zu sagen, gibt es dann noch. Oder ja, gibt es jetzt dann eine neue Reihe, die anfängt. Und ja, die werde ich dann natürlich auch verfolgen. Das ist das gleiche Schaure dann. Dann habe ich mir noch geholt Band 3. Ist ein bisschen dicker. Riecht irgendwie auch so komisch und hat dunkles Papier. Keine Ahnung, was da jetzt ist. Von Lily M. Love, Stimmen der Nacht. Dann Teil 3 von Mackie's Tiefvater in deinen Augen. Das hat mir noch gefehlt. Dann habe ich geholt, da wurde ich auch von der Wanny, Also wurde ich bei Videos von der Wanny aufmerksam. Katzenalarm. Vier Musketiere auf Freias Pfoten. Da geht es ja um diese Katzen hier hinten. Die wollen keine Fünfte unter sich haben. Und versuchen dann eben, einen Partner für die Frau zu finden. Also für das Frauchen. Und die geben E-Mails ein. Und lauter so tolle Sachen. Das ist echt lustig und gefällt mir sehr. Ja, erst habe ich gedacht, ja, vielleicht sowas in der Richtung wie Viral Cats. Aber das ist noch, also ich will nicht sagen, es ist noch besser. Aber es ist besser, wie ich es mir vorgestellt habe für dieses Buch. Und es ist genau das. Es ist was anderes und ja, das was ich erhofft hatte, wie es auch hinten drauf steht und ganz toll, ganz toll. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich weiß nicht, ob ich es für den Monat noch schaffe. Aber ganz toll. Dann habe ich mir noch gekauft, Living in Japan. Das hier ist eine, ja, wie soll ich sagen, eine Art Bilderbuch. Hier geht es mehr so um, ja, die Architektur oder wie man eben halt so in Japan erleben kann. Es ist ziemlich mehr auf die Moderne, aber auch gemischt wie üblich. Stehen immer Texte manchmal dazu. Auf Englisch, Deutsch und, ich glaube, Französisch oder noch eine Sprache. Jedenfalls ist es echt, es ist schön. Es hat nur 10 Euro gekostet. Nur 10. Wer sich dafür interessiert, empfehle ich nur. Ich habe mir die Bilder angeguckt. Allein nur die Bilder gucken von der Fotografie her und so. Es ist richtig toll. Richtig toll. Gefällt mir sehr gut. Ja, das waren meine Neuzugänge. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020